Amos Os. Wo die Schakale heulen. Übersetzt von Miriam Pressler. Land der Schakale. Land der Schakale. Gegen Abend frischte der Westwind auf, und der Wüstenwind der Chamsin zog sich nach Osten zurück in die jüdischen Berge, von dort aus in die Senke von Jericho und weiter bis zu den Wüsten der Skorpione östlich des Jordan. Es schien der letzte Wüstenwind zu sein, der Herbst stand bevor. In schrillen Freudenschreien stürmten die Kibbutzkinder über die Rasenflächen. Ihre Eltern zogen die Liegestühle von den Terrassen in die Gärten. Keine Regel ohne Ausnahme, lautete ein Spruch von Saschke. Diesmal war er die Ausnahme. Er verbarg sich allein in seinem Zimmer, um ein weiteres Kapitel seines Buchs über die Probleme des Kibbutz in Zeiten des Wandels zu schreiben. Saschke gehörte zu den Gründungsmitgliedern unseres Kibbutz und war einer der herausragenden Aktivisten, ein vierschrötiger Mann von rötlicher Hautfarbe, mit Brille und einprägsamen, weichen Gesichtszügen, der väterlich gelassen wirkte. Eine gewisse Umtriebigkeit ging von ihm aus. Der angenehm kühle Abendwind, der in sein Zimmer drang, zwang ihn dazu, einen schweren Aschenbecher auf die rebellierenden Blätter zu legen. Eine aufrichtige Begeisterung ließ ihn an seinen Sätzen feilen. Zeiten, die sich ändern, sagte sich Saschke, Zeiten, die sich ändern, erfordern Ideen, die sich ändern, nicht stehen bleiben, nicht sich wiederholen, man muss energisch und klug vorgehen. Die Häuserwände, die Blechdächer der Vorbauten und die neben der Schreinerei lagernden Eisenrohre begannen die Hitze abzustrahlen, die sich in den Tagen des Kamsin in ihnen aufgestaut hatte. Galila, Saschkes und Tanjas Tochter stand unter der kalten Dusche, ihre Hände glitten über den Nacken, die Ellbogen nach hinten gedrückt, der Duschraum war fast dunkel, die blonden Haare fielen schwer und nass auf die Schultern, auch sie kamen ihr fast dunkel vor. Hinge hier ein großer Spiegel, ich hätte mich vielleicht vor ihn gestellt und meinen Körper betrachtet, langsam, zärtlich, wie man den Meerwind betrachtet, der draußen weht. Aber die Dusche war klein, eine quadratische Zelle, in der sich kein großer Spiegel befand und auch gar nicht hätte befinden können. Galila beeilte sich leicht nervös, ungeduldig trocknete sie sich ab und schlüpfte in saubere Kleidung. Was will Matityahu Demkow von mir? Er bat mich, nach dem Abendessen zu ihm zu kommen. Als wir klein waren, schauten wir ihm und seinen Pferden gerne zu, aber den Abend in irgendeinem verschwitzten Junggesellenzimmer zu vergeuden, das ist zu viel verlangt. Er hat zwar versprochen, mir Farben aus dem Ausland zu geben, andererseits ist der Abend kurz und andere freie Stunden haben wir nicht, wir sind Arbeiterinnen. Was für einen verwirrten und unbeholfenen Eindruck Matityahu Demkow gemacht hat, als er sich mir in den Weg stellte und sagte, ich solle nach dem Abendessen zu ihm kommen. Und diese in der Luft herumfuchtelnde Hand, die versuchte, Worte aus dem Wüstenwind zu pflücken, wie der Mund eines nach Luft schnappenden Fischs, der nicht die Worte findet, die er sucht. Heute Abend lohnt sich, wenn du kurz vorbeikommst, sagte er. Du wirst sehen, es interessiert dich, nur für einen Moment und auch ziemlich wichtig. Du wirst es nicht bereuen, richtige Leinwände und Farben von professionellen Malern, wirklich. Genau genommen habe ich das alles von meinem Cousin Leon, der in Südamerika lebt. Ich brauche keine.